Ich will hier gar nicht rein. Ich will hier gar nicht rein, Leute. Ich will gar nicht rein. Was ist mit dir passiert? Alter Schwede. Liegt noch? Ja. Alter, die Kulisse in dem Spiel ist so gut für ein Indie-Game. Also, ach, asozial. Ich weiß nicht, ob ihr das im Video auch so mitbekommt. Wie gesagt, ihr müsst das mit dem Headset schauen. Das ist so Wahnsinn. So, da haben wir die Nummer 3. Ingenieur Simons, lock in through medical notes. Haben wir hier auch noch. Die Tür geht zu. Ich hätte besser gesagt, ein Distress-Beacon. Irgendwas stimmt mit dem Simons nicht. Der Kapitän hat uns gesagt, auf keinen Uncertainen Terms, dass wir wieder zurückkommen müssen. Um, aber es scheint zu sein, dass es eine Art von Technik mit dem Schiff's Engines ist. Wahrscheinlich. Wir müssen uns mit dem Sammels, die wir bereits collecten haben. Ich glaube, ich besser packen alle unsere Sachen. Ich glaube, es ist eine Art von Schiff's. Äh, es könnte in der Luft sein. Ich werde mir einen Respirator holen. Irgendwas Parasitäres anscheinend. Hypoxia is a form of hypoxia reduced supply of oxygen specifically involving the brain. Also irgendwie ist dieses Hypoxia... Leute, warte mal, ich mach mal kurz so. Beschäftigt. Das nervt beim Horrorspiel. Was war das jetzt? Ähm, eine Form von hypoxia, das den Sauerstoffversorgung reduziert, eine reduzierte Sauerstoffversorgung des Gehirns. If individuals will feel dizzy and are burned. Also Halluzinationen und so ein bisschen, mir schock gefühlt man sich dann. Wahrscheinlich so, wie wir das eben erlebt haben. Ähm, was ist dieses Parasitial Microbial Disease? Äh, der many species of parasitoid that frequently or even routinely kill their prey. Also, ja, auf jeden Fall gibt es einen Haufenweise Parasiten, die ihre, ähm, ähm, das Ding, das sie besetzen, töten. Ohne viel eigentlich von, von diesem Wirt zu, ähm, von diesem Wirt zu, ähm, konsumieren. Effekt of reducing the risk that the prey could escape. Ah, ja, das, ja, das, ja, also sie zapfen nur ein wenig von dem, von dem, äh, Wirt ab, um die Chance zu verringern, dass der Wirt flüchtet oder, äh, eine Immunität bildet. Symbiosis is a close and often long-term interaction between two or more different biological species. Aha. Ah, Mr. Wirt, Symbiosis, too sharply defined a mutualistic relationship in Lynch's in 1877. Gut, damit kann ich jetzt nicht wirklich viel anfangen. So, was haben wir hier? Fingerabdruck. BioScan. BioScan failed. Äh, wir brauchen eine andere Hand. Können wir die hier holen? Gib mir deine Hand. Ich will deine Hand. Ja, vielleicht steht der ja auf und geht dort hinten hin, wenn wir hier langsgehen. Das ist nochmal so ein... Hallo, zu gehen ist Gas. Äh, Sauerstoff. Was haben wir denn hier? Noch Sauerstoff. Use a K-Pad. Shops-Container. Ich hab aber keinen Plan von der Nummer. Haben wir da irgendwo eine Nummer gesehen? Müssen wir hier nochmal gucken, ob wir hier noch irgendwas finden. Alter, 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 die Stimmung ist so bedrückend. Das, 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 das baut sich auch noch auf. Aber man wird... Blutspuren. Er ist irgendwie hierher gelaufen, oder was? Alter. Aber ich finde hier momentan keine Zahlen, ob der die irgendwo hier mit Blut oder was hingeschrieben hat. Wenn ich muss mal wieder im Computer gucken, ob wir da was übersehen haben. Oder wir gucken mal hier durch. Alter Schwede. Ich hab's geahnt. Ich hab's geahnt, Leute. Ich hab's geahnt. Ich hab's... Ich... Ich hab's gewusst. Aber trotzdem... Hat's für mich erschüttert. Ey... Vor allem, wie der schreit. Aber hier seh ich trotzdem nix. Ich will gar nicht mehr durchgucken, eigentlich. Was hat denn hier gestanden? EOF. Der Kapitän hat uns auf null und zuerst verabschiedet, dass wir... Da ist etwas wirklich falsch. Ja, hier seh ich auch nix. Ja, das Spiel hat ja 1877. Das wäre natürlich die Möglichkeit. Du hattest die Relationship. Ja, vielleicht ist genau dieser Bericht, mit dem ich nix anfangen konnte. Vielleicht ist er genau deswegen da. Ja, das passt ja. Ach, ja, guck mal. Das ist ja dieser... Effectious Waste. Ähm... Was haben wir gesagt? 1877. Yo. Alter, die Säge. Press Y to Change Tools. Boah, geil, 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 geil. Wir können eben die Hand abschneiden, Leute. Dann können wir nämlich Bio-Scan machen. Alter, wie geil ist das Spiel denn, bitte? Für ein Indie-Game. Ach, sozial geil. Äh? Äht, ey, du Säug. Urgh. Haha. Boah. Boah, Alter. Was haben wir jetzt nämlich noch für eine Gadgets? Haben wir jetzt die Säge und den Arm, ja. Weiter geht's. Alter, Alter, kann man hier auch irgendwo speichern eigentlich? Danger low. Das war ja wieder klar. Oxygen. Das nervt jetzt schon. You are running out of oxygen and will die. Okay. Alter, was ist das? Oh, Alter, das wird als Halluzination hier, als Error-Message geschickt. Wie geil ist denn das? Alter, wo bin ich denn jetzt? Auf dem Schiff oder was? Alter, Alter. Och, Mann. Ey, Wasser. Was geht hier ab? Hier lies Spooky4F. Dead Februar 14. 2014. Rest in peace. Am Valentinstag. Alter. Oh, Gott. Press A to exit game. Safe in progress. Alter, Alter. Zu tief ins Glas geguckt. Oxygen. Komm, Sauerstoff. Gib mir Sauerstoff, Baby. Alter. Was? Wie krank ist das? Alter, das Ding, das kriegt von mir. Alter. Purer Terror. Purer Terror. Dead Space kann einpacken, Alter. Dead Space ist ein Haufen Scheiße. Was geht hier ab? Alter Schwede. Das ist voll der Terror. Hey, die... Alter, dicker Respekt. Diese Indie-Gamer. Alter, wunderbar. Ich... Ich habe keine Worte mehr. Ich habe keine Worte mehr. Das ist... Das ist der reinste Wahnsinn. Unglaublich. Ich glaube, gleich kriege ich einen Herzinfarkt. Echt anstrengend. Aber immer nach hinten zu gucken, ist auch nicht unbedingt so geil. Es könnte ja auch vorne was passieren. Alter, das Spiel ist einfach... ...der pure Abfuck. Der pure Abfuck-Modus. Der Whisky-Wichser... ...lockt. Hier brauchen wir einen Schlüssel. Vorhängeschluss. Ich glaube nicht, dass wir es mit der Säge auf... ...aufsägen können. Das wäre jetzt auch zu... ...übertrieben gewesen. Lockt. Hier auch lockt. Lockt, lockt, lockt. Oxygen. Sauerstoff. Ich sage immer Oxygen. Ich weiß gar nicht...